So sieht das aus, ne? So sieht's aus. Mann, 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 was der wohl mit dem Stern so meint. Ich glaube, das ist etwa eine Papadou-Frucht. So, das Ei sitzt da oben. Da oben sitzt das Ei. So, jetzt hab ich alles. Ab zur Laguna. So, du kannst ruhig durchgängig trennen. Nein, brennt. Ich weiß gar nicht, kann man das hier trennen. Kann man das vielleicht nochmal wiederholen, eigentlich? Das ist... Oh, du hast... Ach, das mit der Papadou war nur ein Scherz. Hättest du den gesicht sehen sollen. Hier, das wird noch einen drin. Spasser. Bist du sau oder so? War doch nur ein Scherz. Ne, insgeheim stimmt er ja für Kairi, ne? Also... Zum kleinen Spittel. Hattest du die Finger oder was? Das hier, ich mache eine Kette aus... Talas... Talasar... Talasar... Muscheln. Ich sehe, wir haben hier früher mal die Talasar Muscheln getragen. Und glaubte, dass sie vorher gefahren auf See schützen. Danke, Sore. Ich habe heute auch etwas gefunden. Hier, das Quartier. Müde machen wir Schluss für heute. Gehen wir nach Hause. Also, morgen ist der große Tag. Wir sollten uns ausruhen. Du weißt, Rico hat sich verändert. Wie meinst du das? Tja... Hm... Alles okay? Sora, wir nehmen uns das bloß und hauen ab. Nur wir beide. Hä? War nur ein Scherz. Was ist denn in dich gefahren? Du bist diejenige, die sich verändert hat. Vielleicht. Zuerst... hatte ich ein bisschen Angst davor. Aber jetzt bin ich bereit. Egal wohin ich gehe. Oder was ich sehe. Ich weiß, ich kann jederzeit hierher zurück. Stimmt's? Ja, na klar. Das ist gut. Sora, bleib immer wie du bist. Hä? Ich kann's kaum erwarten, dort raus zu segeln. Das wird genial. Ja. 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 Schein. Joi. Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Güte, was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir dem König vertrauen müssen. Donnerwetter, ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Darf ich mir doch nicht aufziehen? Natürlich. und passt auf euch auf, ihr beiden. Ach ja, und als Chronist eurer Reise wird er euch begleiten. Hier drüben! Ich heiße Grille. Jiminy Grille. Sucht euren Diensten. Wir hoffen, dass ihr gesund zurückkommt. Bitte helft dem König. Donnerwetter, Jiminy. Deine Welt ist auch verschwunden. Es war schrecklich. Wir wurden alle getrennt. Anscheinend bin ich der Einzige, der sich in dieses Schloss retten konnte. Oh, wie? Oh, klar. Du meinst, wenn wir in einer anderen Welt sind, dürfen wir nicht verraten, woher wir sind? Wir müssen die Weltordner verteidigen. Genau, die Weltordnung. Tja, Schätze, wir brauchen neue Klamotten, wenn wir da sind. Hm? Tja, Schätze. Zwei, Schätze, Schätze, bis wir in die Schule stehen. Und die, die wir haben, curl abschnauert, Oh, shit. Oh, wow! Ich kann's kaum erwarten, dort raus zu segeln. Das wird genial! Ein Sturm? Oh nein, das Floß! Zora, Essen ist fertig, komm runter! Zora? Was ist das? Oh mein Gott, I'm shocked! Oh nein, ich geh mal lieber auf den Strand. Ich kann doch gar nichts gegen die machen, weil ich geh... Ah, ja, 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 okay, 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 okay. Das Holzschwert kann gegen die Herzlosen ist machen, deswegen kann ich den Schaden erleiden lassen. Da ist muss ich doch raus rumloben. Das ist ja beschiss. Ab zu Rico, würd ich sagen. Rico, ich komme. Okay. Wo ist Kairi? Es könnte unsere einzige Chance sein. Angst darf uns nicht abhalten. Ich fürchte die Dunkelheit nicht. Schöne Pitst女 at vor? Das ist auch nehm. Ach, darf ich nicht abhalten. Ich sehe dich... in Grupp! Ich sehe mich. Ich sehe mich hierher, ich sehe das ganzeoe und ich sehe gleich bei dir, da habe ich den Schaden��� Schaden Obama. ich sehe das ganze Schaden hier, wenn ich. sonoverbänd she dást. Ja, wie er es STUMIT dar gesagt hat? Ah, ich sehe dich... Mama... Ich meine Franco, okay. Also, sie預備 bis zu mir aus. Das ist unser Das war's. Jetzt kann ich die Bekämpfung. Hold up. Also, wieviel leb... Also, wieviel müsste ich noch machen? Das ist kein Lipp. Die Sache ist, jetzt spawnen quasi unendlich viele. So. Wollt ihr haben Sorgen, das hier im Level war schon voll. Wir werden vorher nur noch 23 Gegner, die ich grad machen muss, insgesamt. Jetzt natürlich ein bisschen mehr. Geht da hinten schon wieder die Tür. Na komm, was, was, was. Oh nein, der hat mich gestochen. Run geknabbert. Noch zu viel Gegner muss ich platt machen. Okay, dann machen wir das doch. Ich versuche gerade nicht, dass man jetzt... Oh, ich hab mein Level, mein Angriff. So. So. Das kommt hier rein. Absprache. Ich muss gerade überlegen. Ich muss gerade überlegen, wenn ich das Schild wähle am Anfang, kriege ich der andere, äh... Magie. Also Zeug, was ich quasi meinen so rausrüsten kann. Oder ist das wirklich jetzt nur wegen Angriff, Verteidigungswert und Magiewert? Okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. So. Okay. 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 So. So. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Na komm. Na. Quatsch, spült doch das dort länger. No. Der stunde erlischt Hey, vielleicht sollten wir zuerst Leon suchen. Äh, du bald. Ich wette, dass... Ach, was musst du sagen, du Schöner, ja? Was ich weiß. Hm. Komm her, Pluto. Was für ein Traum. Ah, das ist gar kein Traum. Ah, wo bin ich? Oh, Mann. Hast du eine Ahnung, wo wir sind? Oh, hey. Nice. Das ist viel später. Aber ich werde nicht alle davon suchen. Auf jeden Fall. Ist das alles seltsam hier. Ich bin in einer anderen Welt. Na? Suchst du jemanden? Die Stadt ist groß. Du musst überall so nachsehen. Ich kann die erst... Äh... Ich glaube, ich kann die erst öffnen, erst wegen des ich das mache. Da kann ich noch nicht rein. Das ist der kleine Monkey. Und hier mein Grün ist. Also, wir haben jetzt schon... Hier rein spaziert. Wie kann ich... Willst du? Mach bloß ein Kind. Ich bin kein Kind. Ich heiße Sora. Okay, okay. Beruhig dich, Kleiner. Warum so ein langes Gesicht, Sora? Was ist dich verlaufen? Na, naja, vielleicht doch. Wo sind wir hier? Hä? Ich sag, äh... Treros. Sag mal, Opa ist diese wirklich eine andere Welt? Nämlich nicht Opa. Ich heiße Sid. Wie auch immer. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Aber auf unserer Insel sind wir bestimmt nicht. Hm, ich würde hier lieber Rico und Kairi suchen. Also, viel Glück. Was auch immer du vorhast. Wenn du Schwierigkeiten hast, kommst du zu mir. Vielleicht kann ich dir ja weiterhelfen. So, wir sind da oben. Ist wieder eine Kiste. Speichern ist wirklich nun richtig. Man wird zwar wie Krantja nicht wieder in Titelbildschirm gesetzt. Aber. Verkehrt kann es nicht sein. Ich mach diese Klingkatzins auf jeden Fall. Die finde ich cool. Achso, wegen der Kiste. Alles klar. Was zahle, wenn du etwas kaufen willst. Egal, wo ohne zahle, läuft nichts. Seit, ähm... Seit, im Atelier. Da brauchen wir items und versuchen, die ultimativen Waffen zu schmieden. Kabo. Scheint verschlossen zu sein. Ja. Versuch. So, wollen wir weitergehen? Ja. 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 So, wenn wir über eine Elfer-Legin-Tale haben. Die brauchen wir für später. Leider tut es... Hey, 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 freu. Leider tut es dir nicht automatisch einsammeln. So, das Warenwitzige ist, wenn wir jetzt immer kleine Sequenzen geben, wo wir quasi an den zwei vorbeiloben. Scheint nicht hier zu sein. So, das Warenwitzige ist, wenn wir jetzt nicht hier zu sein. Was ist denn hier Gegner kommt? Genau. Genau. De, de, de. Aua. Genau, komm schon. Ich will so ungefähr, was ich machen muss. Jetzt gehen wir hier rein und die gehen nach unten raus. Hm, wo ist der? Leon. Ja. 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 So, sagen wir es so. Was zum Heilen, also Tränke, muss ich mir jetzt, glaube ich, nicht extra kaufen. Erstens finde ich Haufen davon. Und später kriege ich ja noch den Zauber wieder, mit dem ich verscheinen kann. Und die Verstärkungsvariante natürlich schon. Und. Okay. Da bin ich jetzt irgendwo denn, in die Spiele. Da wäre ja gar kein Ente, in dem. Das ist zwar ein nettes Training, aber... Aber so spät, wird schon... Keule. Ich werde natürlich... Offscreen wird schon natürlich auf deinen Trainern ein bisschen ab und zu machen. Es wird wirklich gehen, Ende. Das ist ein bisschen krass. Fakt mehr Items plus. Sehr schön. Ich werde mich doch verarschen. Das ist gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich weiß hier so groß gar nicht den Unterschied zwischen der Playstation 2 Version hier, die ich spiele, und der Heilen-Mix-Variante. Quasi Kinkenhauts 1.5. Ich bin mir eigentlich so... Ich bin mir eigentlich relativ sicher... Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass die Tauschen raus holen. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass die... Nee, da kannst du noch nichts machen. Brauchst du bis erst den Donnerzauberspruch? Ja... Aber!